KMU auf Wachstumskurs sind vor einem grösseren Entwicklungsschritt oft mit dem Thema Finanzierung konfrontiert. Das Familienunternehmen PK Metall aus dem luzernischen Mosen steht vor einem solchen Schritt. Die Firma, die von den Geschwistern Beni Weber und Sandra Weber-Blättler in der dritten Generation geführt wird, plant einen grösseren Ausbau. Wir haben das Glück, dass bei uns das Geschäft gut läuft und unsere neuen Produkte am Markt sehr gut ankommen. Und aufgrund von dem dürfen wir die Produktion jetzt wieder erweitern. Die PK Metall AG beschäftigt heute rund 130 Mitarbeitende. Sie produzieren hochwertige Beschläge und Zubehör für Möbel. Rund 80% werden ins Ausland exportiert. Ein spannendes Unternehmen, das Peter Scheer seit sieben Jahren eng begleitet. Der Unternehmenskundenberater von Valiant war von Anfang an in das Ausbauprojekt involviert. Die Idee ist schon seit einiger Zeit in der Pipeline. Wir wollten eigentlich schon 2013-2014 erweitern und hatten den aber aufgrund der Frankenstärke der Mut nicht gehabt. Wir hatten einen sehr hohen Exportanteil. Wir haben jetzt in den letzten Jahren viel in Prozessoptimierung und Produktinnovation investiert. Wir haben jetzt wieder einen besseren Geschäftsgang. Und darum glauben wir, dass es jetzt der richtige Moment ist, um wieder zu investieren. Der Herr Weber und seine Finanzchef sind schon sehr früh mit dem Projekt auf uns zugekommen, noch bevor es um Finanzierungsdetail gegangen ist konkret. Wir haben dann Machbarkeit und Finanzierungsmöglichkeiten laufend zusammen analysiert und haben in dieser Phase mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sobald die Baupläne und der Investitionsplan für den Finanzierungsantrag eingereicht werden, kümmert sich Peter Scheer bei Valiant intern um die notwendigen Abklärungen. In einigen Wochen sollte es soweit sein und die Umsetzung des Projektes kann in Angriff genommen werden. Ein weiterer Schritt in der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Pekametall und Valiant. Es macht Freude, das Unternehmen wie Pekametall auf seinem Weg zu begleiten und zu beraten. Zu sehen, wie etwas entsteht, wie etwas wächst und sich weiterentwickelt, das macht extrem Freude und macht mich auch ein bisschen stolz. Wir schätzen die Nachricht zu unserer Hausbank Valiant wirklich sehr. Die Betreuung ist schnell und unkompliziert. Die Zusammenarbeit basiert auch auf Offenheit und Vertrauen. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass der Slogan, das einfach ist, um mit Valiant zusammenzuarbeiten, wirklich stimmt. Für erfolgreiche KMU wie die Pekametall AG in Mosen können sich wichtige Finanzierungsfragen für künftiges Wachstum ergeben. Dann ist es gut zu wissen, einen kompetenten Bankpartner an der Seite zu haben, der die Firma fast in- und auswendig kennt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.